Lasst mich doch in Ruhe. Der kommt sicher an, Frau Gernie. Der bringt da jetzt sicher um. Ihr seid keine Armourcam? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ihr seid das. Was wollt ihr denn? Na, 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 na! Hm. Das wird ihn umbringen. Der Typ ist wie eine Hülle, Bruder. Ohne Inhalt. Er will nur noch vergessen. All diese Tests, die Operation. Sie konnten mit Mutter keinen neuen Prototypen erschaffen. Also haben sie es auf künstlichem Wege versucht. Er ist wie wir, Bruder. Oder zumindest wurde er dazu gemacht, wie wir zu sein. Ich weiß, wer du bist. Du bist ihre Missgeburt von Sohn. Ich bin wegen dir gekommen. Nicht mein Herz. Das stimmt, Bruder. Es stimmt, Bruder. Empfängnis. Du musst die dreckige Male töten, die in ihr heranwächst. Sie ist nicht mehr eure Mutter. Das Kind. Es muss. Es darf nicht sein, dass es... Es darf ein hartes Schluck. Sauer Geist möchte dann aus, wenn jemand stirbt. Das stimmt, Bruder. Das stimmt, Bruder. Das stimmt, Bruder. Wir wollten mit der spielen. Das war die Spülverderverein. Das ist die Fete, die andere, die Linkie bin... Oh... So, das ist das E-Bin, weil ihr nicht mehr habt. Oh, gut. Geschick, Ninkersen, die... RAAAGH! Ja, Lieblings-Sohn. Uh. Und ihr war schon wieder besser. Uh. Na gut. Das war's jetzt wieder, glaube ich, mit dem siebten Tag. Oder sechste. Sechsten oder siebten Tag. Kann ich auch nicht mehr wissen, ob es nicht mehr ist. Es ist schon zu spät für das. Ähm, jedenfalls jetzt werden wir mal Linke. Morgen werden wir mal wieder weiterspülen. Passt. Ich wünsche euch ein gutes Nächte. Tschöö da.